Hallo liebe Freifang-Zuschauer, ich bin Sandro Groganz, der Chefredakteur von Freifang. Wir haben ein großes Problem. Der Landtag von Baden-Württemberg versucht zusammen mit der Justiz im Land, unsere Presse- und Meinungsfreiheit zu unterdrücken, um politische Erpressung via Kindesentzug zu verschleiern. Wir brauchen dringend eure Unterstützung, um uns vor Gericht gegen diesen Angriff zu verteidigen. Der Landtag will verhindern, dass wir aufdecken, wie in Baden-Württemberg Kinder von der Justiz benutzt werden, um Eltern politisch zu erpressen. Man bestraft unter anderem mich als Journalist und Vater seit Jahren für meine Meinung zum Wechselmodell, indem man mir die Kinder nimmt. Es gibt noch mindestens einen weiteren Fall in Baden-Württemberg, in dem ein Vater wegen einer Gerichtsentscheidung auch sein Kind nicht sieht, weil er mit ihm über das Wechselmodell gesprochen hat. Das Wechselmodell ist die gleichberechtigte Betreuung der Kinder durch beide getrennt lebenden Eltern und somit auch das Recht der Kinder auf beide Eltern. Jedem ist klar, dass das Sprechen und Veröffentlichen darüber keine Kindeswohlgefährdung sein kann. Auch ein Facharzt und Psychotherapeut hat dies schon mehrmals festgestellt. Diese Unrechtspraxis in Baden-Württemberg ist ein Eingriff auf die Meinungsfreiheit in und außerhalb von Familien zum Thema Wechselmodell. Der Landtag in Baden-Württemberg hat mit diesem Unrecht kein Problem, sondern will stattdessen die Berichterstattung von Freifam darüber einschränken, indem er gegen uns geklagt hat. Kürzlich hat das Landgericht Ulm entschieden in dieser Klage, dass Freifam nicht mehr über die politische Erpressung berichten darf, wie wir es bisher getan haben. Aber das Urteil kann noch angegriffen werden und es ist völlig abwegig. Es wird fälschlicherweise behauptet darin, ich hätte der Landtagsdirektorin ein sexuell abartiges Verhalten unterstellt, aber das stimmt nicht. Tatsächlich habe ich ihr vorgeworfen, als ehemals zuständige Richterin in meinem Verfahren vor dem Familiengericht, das Recht zu pervertieren, weil sie es nicht als Problem ansieht, mich als Gefährder meiner Kinder zu stigmatisieren, nur weil ich sie über ihr Recht aufgeklärt habe, nämlich das Recht auf beide Eltern. Das ist das Wechselmodell. Das Landgericht Ulm verkennt in seinem Urteil, dass es in meiner öffentlichen Kritik an der Landtagsdirektorin um deren verfassungswidrige Rechtsauffassung geht. Ich benutze in meinen Veröffentlichungen das Wort pervers alleine im Kontext der Pervertierung des Rechts meiner Kinder, nämlich ihr Recht über ihr Recht aufgeklärt zu werden, was definitiv keine Kindeswohlgefährdung ist. Meine Kinder sind Rechtssubjekte und sie haben das Recht über ihre Rechte aufgeklärt zu werden, sonst können sie ihre Rechte nicht wahrnehmen. Nirgends in meinen Veröffentlichungen geht es auch nur im Ansatz um irgendeinen sexuellen Missbrauch, den ich der Landtagsdirektorin vorwerfe. Das ist völlig abwegig. Das Landgericht Ulm zieht also einen Grund an den Haaren herbei, um mich als Freifam-Chefredakteur und damit ganz Freifam zum Schweigen zu bringen, was die politische Erpressung mit Kindern angeht. Dieser Angriff des Landtags zusammen mit dem Landgericht Ulm ist ein Angriff auf Freifam, die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit. Gewinn der Landtag, dann darf Freifam nicht mehr die Formulierung politische Erpressung mit Kindern verwenden, obwohl sie eine zulässige Schlussfolgerung ist und eine notwendige Kritik am Staat, um psychische Gewalt des Staates gegen Eltern und Kindern zu verhindern, die sich für das Wechselmodell einsetzen. Wir müssen unsere Presse- und Meinungsfreiheit verteidigen, damit wir den Missbrauch von Kindern als politische Waffe in Baden-Württemberg mit Hilfe freier Berichterstattung stoppen können. Dafür brauchen wir eure Hilfe. Wir möchten eine Berufungsverhandlung mit einem Top-Anwalt und einer Top-Kanzlei durchführen, um unsere Rechte zu verteidigen. Aber das kostet viel Geld. Wir sind auf eure Spenden angewiesen, um auch zukünftig gegen die politische Erpressung von Journalisten und Eltern in Baden-Württemberg ankämpfen zu können, die sich für das Wechselmodell einsetzen. Der Landtag ist ein finanziell mächtiger Gegner, weil er Steuergelder verwenden kann, um die besten Anwälte zu zahlen. Wir dagegen können einzig und allein mit eurer Hilfe auch zukünftig Eltern mit unserer Berichterstattung schützen, die sich wie ich öffentlich und privat für das Wechselmodell einsetzen und eine politische Rechtsprechung entlarven. Es darf nicht sein, dass der Landtag und die Justiz in Baden-Württemberg eine Atmosphäre der Angst schaffen, in dem die gleichberechtigte Erziehung von Kindern als Gefahr stigmatisiert wird, dann noch zu politisch motiviertem Kindesentzug führt und dann noch die Berichterstattung darüber von der Landespolitik und Landesjustiz unterdrückt wird. Bitte, spendet so viel ihr könnt für Freifam, also für mich als Chefredakteur und die Organisation hinter Freifam, denn beide wurden vom Landtag verklagt und jetzt vom Landgericht Ulm verurteilt. Jeder Euro hilft uns dabei, für unsere Rechte zu kämpfen und die Wahrheit ans Licht zu bringen. Sonst haben wir keine Chance gegen den mächtigen Landtag. Wir brauchen die Spenden so schnell wie möglich, um in die Berufung gehen zu können. Ihr könnt spenden unter www.freifam.de-landtag Nochmals www.freifam.de-landtag Ihr findet den Internetlink zur Spendenseite auch in der Videobeschreibung. Auf freifam.de, unserer Website und hier im YouTube-Kanal werdet ihr natürlich auf dem Laufenden gehalten, was das Urteil des Landgerichts Ulm, die Berufung, unsere Auseinandersetzung mit dem Landtag von Baden-Württemberg angeht und natürlich auch den Verlauf des Spendenanrufs. Bitte, nochmals, unterstützt uns so gut es geht. Wir sind über jeden Euro dankbar, mit dem wir die Meinungs- und Pressefreiheit verteidigen können, um weiterhin über die politische Erpressung via Kindesentzug in Baden-Württemberg berichten zu können.